Was verstehen Sie unter IT-Lösungen? Für uns ist es die Verbindung von Menschen, Prozessen und Technologien. Unabhängig voneinander und gleichzeitig verbunden. Um die sich hierbei ständig ändernden Anforderungen zu erfüllen, braucht man vor allem kluge Köpfe. Ausgestattet mit Visionen und Erfindergeist. Jene Menschen, die die Dinge anders sehen. Im Detail und im Großen Ganzen. Was kann Ihr Unternehmen mit diesen Menschen erreichen? Unsere Experten nennen es Exzellenz.